Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory. Wir sind schon im Deep Dark und haben alles vorbereitet, was wir brauchen. So, Moment, ich platziere das nochmal ein bisschen um. So, und dann gehen wir mal los. Fuckin, haben wir noch ein paar dabei. Wir müssen zuerst mal, ich hoffe zumindest mal, dass hier der Respawn, den ich gesehen habe, dass der auch überall ist. Hoffentlich komme ich hier durch ohne Probleme, ja. Ja, sondern nicht, dass der dann irgendwann einfach aufhört. So. Dann platzieren wir mal die Ender Quarry. Immer zurück ins Dichtgehen. Ich habe den mal kneten, gerade nicht im Moment. Ein bisschen ungeschickt. Jetzt kommen da so viele Zombies, das gibt es gar nicht. Nein, 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 nein. Ja, wir können noch die zwölf Blöcke gehen. Ja, die habe ich keine Angst. Und jetzt, jetzt hängen wir. Oh, das war ein bisschen heikel. So, dann 53 in diese Richtung. Marschnell hier. Wegge-rack-rackt hier. Äh, fuck. Bam. Nein. Uh. Das ist noch so einer. Ja, voll geboostet, Alter. Danke. Ja, Minus Eins haben wir gemacht. Hä, was ist das? Vor allem sind hier schon Fackeln. Hä? Bedrock. What? Na, einfach mal so 16 Diamanten, kann man mitnehmen. Das ist ja cool. Oi. Ja, den ganzen anderen Scheiß bauen wir nicht. Die Lootbags nehmen wir mit. Ich habe immer noch keinen Zombie-Villager gesehen hier. So, äh, halt, da will ich stehen kurz. Oh, ich will nicht kurz hauen. Und die letzten Zäune. Alter, bist du das gewesen? Äh, nein, nicht so. Steht ab! Wir sollten mal was essen. Ah, hier. 6-6, äh, successful, äh, 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 gedingst. So, dann machen wir hier oben. Nein, geht das nicht? Das ist doch Ender-Io. Hä? Äh, das sind eigentlich die Ender-Jester. Hm, wenn das jetzt nicht geht, ist doof. Na, geht wirklich nicht. Dann müssen wir den Filter zu Hause bauen. Und dann müssen wir schnell nach Hause. Äh, Moment, fahre ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah ja, und dann nach rechts müssen wir. So, hier geht's lang. Und jetzt glaube ich noch mal nach rechts. Und jetzt kommen wir wieder dahin. Nee, dann nicht. Oder ist jemand gestorben? Höh, war unheimlich sie. Hm. Ja, das war der zweite Todespunkt. Der war aber unwichtig. Ähm, wir müssen jetzt zu Hause kurz noch einen Filter anbringen. Sonst kommt da der ganze Cobblestone rein. Den wollen wir ja gar nicht drin haben. So. Einmal durch hier. Was war das? Ich glaube, der hat eine Meiße. Ich glaube wirklich. Also bei dem tickt es nicht mehr ganz richtig. Ähm, Lootbacks wollte ich kurz loswerden. Nein, den grünen haben wir auch noch. Jawohl. So. Dann einmal das schöne Zeug, was wir gekriegt haben. Zombie-Stuff. Hier rein. Ähm. So. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich den Filter anbringe. Eigentlich war das ja anders gedacht. Ähm. Ähm. Nein, ich guck jetzt nicht. Ähm. Der, 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 der spinnt einfach. Ähm. So. Ich will jetzt eigentlich. Zeug hier in die Mülltonne kloppen. Ich weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Ich ignoriere ihn jetzt einfach. Anders, anders geht das nicht. Ähm. Gobbelstone. Kiste. Jetzt schmeißt er mir wieder irgendwelchen Zeug zu. Interessiert mich doch alles gar nicht. Ich sorge mal kurz für Ruhe gleich. Ähm. So. Funktioniert das aber? Ich könnte das anders machen, glaube ich. Wenn ich da eine Trash-Kanon stelle, kann ich dann die Kiste öffnen? Ja. Okay. Aber das geht trotzdem nicht. Ich habe hier zu wenig Platz. Ähm. So, warte. Ah, ich weiß wie. Endochest hier hin. Trash-Kan da hin. Und dann. Hier. Insert. Priorität 1. Insert. Nein, das kann ich. Doch. Warte. Wenn ich hier dann Itemfilter mache. Mit Cobblestone. Hier muss ich noch mal aktivieren. Hä? War das genau andersrum mit den Prioritäten? Oder ich mache da eine Blacklist rein. So. Lass mal mal gucken. Blacklist. Cleanstone kommt hier rein. Das auch. Und der Rest verschwindet in der Tonne. So können wir es machen. Okay. Ähm. Dann. Kann man hier. Hier noch nicht. Unter den Öfen können wir zumachen. Da ist alles klärchen. Cleanstone. Wird man eigentlich nicht kriegen. Ähm. Denke ich zumindest. Aber. Das gucken wir mal. Ähm. Deep Dark. So. Jetzt haben wir mal noch den. Ähm. Hier. Den. 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 Vielleicht sollte ich mir auch. Ähm. Hier. Den Tesseract wollen wir uns dran hauen. Vielleicht sollten wir uns auch irgendwie einen Wegpunkt setzen. Sonst finden wir irgendwann nicht mehr zu unserer Quarry. Ich glaube hier muss ich lang. Oh Enderman. Na. Abgehauen. Feigling. Hier ist der Quarry. Willst du mich unbedingt hauen? Dann haue ich dich auch. So und er. Äh. Ender Quarry arbeitet schon. Aber glaube ich ein komischer Enderman. Ender Quarry arbeitet. Haut einen Haufen Blöcke raus. Das muss ich gleich mal checken. Halbwegpunkt. Wegpunkt. M. Waypoint. New. War. So. Jawoll. Dann gehen wir jetzt zurück. Checken mal was der da alles rein haut. Äh. Diese Richtung. Und. Drei Ender Perlen hat er getroppt. Also doch. Ich dachte der hätte gar nichts getroppt. Aber dann ist er toll. So. Gleich am Ende der Folge. Wir checken jetzt nur noch kurz was da alles rauskommt. Die geht ja recht flott ab. Und dann war das sehr erfolgreich. Dann haben wir es geschafft in dieser Folge unsere unabhängige Ressourcenproduktion zu machen. Ups. Ich guck mal gerade rein. Oh der hat ja. Der findet ja schon einiges. Das ist toll. Eisen, Silber. Moment. Eine Whitelist. Eisen. Weitlich, Silber. Und jetzt. Eigentlich. Kann man das alles drin lassen. So. Was hauen wir noch weg? Nichts würde ich sagen. Ja und wenn wir hier jetzt auch Always Active machen. Hau da das rein. Da haut er Silber rein. Da haut er Eisen rein. Und alles wird einsortiert. Babaraba. Genau so soll es sein. Nur den scheiß Cobblestone filtert da raus. Und das war mein Ziel. Ja. Saugeil. Natürlich. Kann es sein, dass hier jetzt noch ein paar Ores ankommen. Die müssen wir dann einfach nochmal in den Filter rein machen. Und von der Sortierung her, ja, müssen wir auch noch gucken. Klar. Aber das wird man alles in den nächsten Folgen dann sehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr froh seid, dass ich endlich mal ein bisschen unabhängiger bin, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wahrscheinlich mit Macfistore 2051. Und vielleicht auch Shadow TSS. Bis dahin. Ciao. D PlanetFast. D panic.